Vielen lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die mir ihr Feedback zukommen haben lassen. Ich habe verstanden, dass ihr mittlerweile mitgenommen habt aus den ersten vier Folgen, wer der Epse und der Massi Karl sind, dass ihr mittlerweile unseren baldigen Oberschiedsrichter-Boss Knut Kircher besser versteht. Dann habt ihr den Tim Kübel kennengelernt und über seine verschiedenen Stationen mitbekommen, wie er jetzt seine Doktorarbeit beim FC Chelsea schreibt. Und ihr habt einen kleinen Einblick über den Tommy Gentner und seine Arbeit als Spielerberater erhalten. Wenn ihr leider noch nicht besser kennengelernt habt, bin ich selber der Basti, euer Host des Podcasts Profiteur von der Grasnabel bis in die Stadien. Deshalb möchte ich in unserer heutigen Folge auch ein paar Details zu mir erzählen. Wie gesagt, ich bin Basti, 33 Jahre alt, wohnhaft in Stuttgart, habe mittlerweile auch Frau und Kind hier. Und wie bereits schon in den Folgen erwähnt, bin ich eigentlich ein Fußball-Enthusiast, seitdem ich denken kann, sowohl Fußball-Fan als aber auch in jeder freien Minute versucht, Fußball zu spielen. Und hatte damals das Glück, im Schwarzwald groß zu werden, in einem kleinen Ort namens Neuweiler, wo ich auch mit meinen besten zwei Freunden im Fußballklub beigetreten bin, wo ich heute noch Mitglied bin. Und ja, nach den ersten paar Jahren dann die Möglichkeit hatte, einer Fußballschule, die damalige Fußballschule Kantenwein, beizutreten. Dann bin ich durch eine DFB-Sichtung dem DFB-Stützpunkt beigetreten, um dort noch weitere Trainingseinheiten zu absolvieren. Hatte aber nie die Möglichkeit, aber auch nie den Bedarf, irgendwie zu einem größeren Verein zu wechseln. Da wir in der Jugend selbst sehr erfolgreich waren, wir hatten immer die Möglichkeit, in der Bezirksliga zu spielen. Und erst als ich dann selber einen Führerschein hatte und nochmal sportlich was Neues ausprobieren wollte, verschlug es mich nach Nagold, zum VfL Nagold, wo die A-Jugend damals Verbandsliga gespielt hat. Und in dem Jahr habe ich dann mit vielen meiner ehemaligen Weggefährten vom DFB-Stützpunkt eine sehr erfolgreiche Saison gespielt, wo wir dann den Aufstieg in die Oberliga geschafft haben. Nach meiner Zeit dann in der A-Jugend hatte ich dann die Möglichkeit, entweder beim VfL Nagold zu bleiben, da ich aber beruflich samstags und Montagabend Schule hatte, wären Trainingseinheiten sowie samstags als Spieltag weggefallen. Deshalb habe ich mich dann dagegen entschieden und bin zu einem ambitionierten A-Ligist gewechselt, damals den SC Neubulach, wo ich auch sehr viele coole Menschen im Nachgang kennengelernt habe, mit denen ich heute noch befreundet bin. Bin dann anschließend zum FC Neuweiler nochmal für eine halbe Saison zurück, bis es mich zu meinem eigentlichen Verein, dem 1. FC Altburg, verschlagen hat, der damals den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft hat, wo ich bis heute eigentlich die coolste Zeit verbracht habe, weil ich dort sehr, sehr viele meiner jetzt heute noch besten Freunde kennengelernt habe, mit denen ich auch hier sehr viel Zeit verbringe, weil die meisten davon mittlerweile in Stuttgart wohnen. Durch Auslandsaufenthalte, wie auch den Beruf und selbstverständlich die Familie, ist der Fußball in letzter Zeit ein bisschen kurzer getreten. Nichtsdestotrotz ist die Leidenschaft für den Fußball immer geblieben, durch Fußballschauen, wenn immer es möglich ist. Aber ich versuche, meine Leidenschaft auch in dem Podcast ein bisschen zu verwirklichen, da ich da die Möglichkeit habe, mit verschiedenen Experten meine eigenen Interessen ein bisschen zu verfolgen, die Geschichten im Profikosmos ein bisschen transparenter zu machen. Ich hoffe, das kommt bei euch auch dementsprechend an und ich bringe das auch gut rüber. Wenn nicht, ich bin jederzeit offen für ein Feedback und weitere Details zu mir, meiner Person oder auch meinen fußballerischen Erfahrungen und den Übertragungen auf mein Leben werde ich euch sicherlich in den kommenden Folgen geben. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören.